Hallo und herzlich willkommen bei uns hier am Alexanderhof. Mein Name ist Alexander Kronsteiner und ich habe heute einen lieben Gast. Ich habe den Werner Wecker hier. Der Werner ist aus Norddeutschland, kommt aber immer wieder zu uns auf den Hof über viele, viele Jahre jetzt. Uns verbindet eine sehr tiefe Freundschaft und wir helfen uns auch immer wieder gegenseitig, wenn wir wo schwierige Situationen haben. Und jetzt ist der Werner wieder bei uns zu Gast und wir werden heute sprechen über die acht Elemente erfüllten Reitens. Das ist das Reitkonzept, das ich entwickelt habe. Das ist die Reitphilosophie, die all meinem Reiten zugrunde liegt. Und ich möchte heute gerne von Werner wissen, was er davon hält, wie ihm das gefällt, was ihm dazu einfällt, weil man einfach seine Meinung extrem viel wert ist. Und ich würde jetzt einmal bitten, Werner, dass du dir vielleicht einmal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst und was dich immer wieder zu uns hierher führt. Ja, ich habe das Glück, seit ich fünf Jahre alt bin, immer wieder mit Pferden zu tun gehabt zu haben. Viel in der Landwirtschaft, später in der Reiterei. Und dann kam es so, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Nachdem ich zehn Jahre als Priester gearbeitet habe, als Pfarrer, habe ich dann Psychotherapieausbildung gemacht und therapeutisches Reiten mit Pferden. entwickelt. Und so durfte ich immer wieder zu dir kommen und hier Kurse geben für das österreichische Kuratorium für therapeutisches Reiten oder einfach für die Menschen, die sich fortbilden wollten. Und dann bin ich immer wieder gern gekommen, weil wir gute Gespräche hatten und gute Beobachtungen. Mir geht es nicht so sehr um Lehrmeinungen, als den Blick zu schärfen, was ist wirklich los und es zu sehen, was los ist. Und da haben wir schon viel beobachtet zusammen. Und von daher hat mich deine acht Elemente auch inspiriert. Ich freue mich, wenn wir darüber reden können heute. Na, das ist wunderbar. Weil für mich hat es diesen großen Wert, weil du ja für mich eine Person bist oder die Person bist, wo ich keine kenne, die tiefer über die Verbundenheit von Mensch und Pferd glaube ich Bescheid weiß oder sich schon sehr tief hineingefühlt hat. Darum ist es für mich so wertvoll, aus deiner therapeutischen Arbeit, aus deiner Arbeit als Landwirt mit Pferden. Du arbeitest ja bis heute. Du bestellst deine Felder ausschließlich mit Pferden. Da gibt es keinen Traktor. Maschinen schon, aber die werden alle von Pferden gezogen. Ja, und darum ist mir das jetzt sehr, sehr spannend, wenn wir jetzt da kurz durchgehen, durch diese acht Elemente, was die eigentlich für dich dann bedeuten. Und starten wir los? Starten wir. Wir starten los. Also mein zentrales oder allererstes Element ist die Verbundenheit. Verbundenheit bedeutet für mich, dass es immer dann ganz besonders wertvoll und toll ist, mit einem Pferd zu arbeiten, wenn man sich sehr, sehr verbunden fühlt. Egal auf welchem Niveau reiterlich sie das abspielt. Und ich bin dann immer sehr davon überzeugt, dass man diese Verbundenheit nur dann erreicht, wenn man auch mit sich verbunden ist. Also wirklich, ich bei mir selber bin, ich mir selber wert bin, ich gerne bei mir bin, wenn ich mal so mit deinen Worten reden darf, dann kann das sehr gut gelingen. Ein Aspekt ist dann noch Verbundenheit auch mit dem Jetzt, mit dem Hiersein. Das war übrigens auch ein Wort, das von dir noch mit eingeflossen ist. Gegenwärtigkeit hat einen riesengroßen Wert. Also wenn ich reite, ganz hier zu sein, ganz im Jetzt zu sein, vielleicht gar nicht so fokussiert, das klingt dann wieder eng, sondern ganz hier mit einem weiten Blick. Das ist das, was ich mir unter Verbundenheit vorstelle. Und immer wenn Reiten schön ist und wenn es gelingt, dann spüre ich Verbundenheit. Und darum war mir dieses erste Element so wichtig. Wir haben so eine tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit, wir Menschen. Wir möchten verbunden sein mit einem anderen Menschen. Wir möchten authentisch sein. Wir möchten verbunden sein mit der Natur. Und wir leben immer so schmerzvoll, dass wir es nicht sind. Wir leben nicht uns selber. Wir kommen so schwer in Kontakt. Und da ist ja das Erstaunliche auch gerade mit mit eurem Pferden. Wenn Menschen auf es zugehen, dann spüren sie, da ist ein Wesen, das ist bereit, sich mit mir zu verbinden. Ganz tief. Und das ist erstaunlich für mich, über die, wenn ich in ganz Europa Kurse gebe, immer wieder zu sehen, die Pferde suchen die Verbundenheit. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hatte früher ein Slogan, Reiten ist Harmonie zwischen Mensch und Pferd. Ich würde sagen, was hat er mich provoziert? Oder dein Armin, was hat er dich provoziert? Aber immer wieder auf der Suche nach einer Verbundenheit von selbstbewussten Wesen. Und das begeistert mich immer, wenn ich in der Reiterei Menschen sehe, die ein Pferd haben, wie Rudolf Zeilinger sagt, das nicht gebrochen ist, sondern das als Persönlichkeit gegenübersteht und zwei Persönlichkeiten sind verbunden. Und das locken die Pferde raus und das können wir mit den Pferden weiter entwickeln. Ich sage immer den Bauern, wenn sie sich einen Traktor einkaufen, der macht alles brav, was sie wollen. Aber wenn sie sich ein Pferd nehmen, um Landwirtschaft zu machen, haben sie immer einen Partner und der hat immer eigene Ideen. Und dazu müssen sie Lust haben. Und wenn man dazu Lust hat, ist großartig. Ist ja auch eine Bereicherung. Ist ja nicht nur dann eine Herausforderung, sondern auch die Bereicherung. Daran kann man ja wachsen. Ja. Und diese Verbundenheit, die man dann mit dem Pferd entwickelt, mit sich selber, mit der Welt, die tut so gut und die gibt man Kraft. Und das ist erstaunlich, was manche Pferde auch für den Menschen tun. Was sie dann aus dieser Verbundenheit alles zu tun in der Lage sind. Ich war mal im Wald und habe mit meinem Hengst Bäume gerückt. Schwere Bäume waren für ihn ein bisschen zu schwer. Und er wusste nicht, wie kriege ich die vorwärts. Und dann ist er auf die Hinterfüße gegangen und mit seinen 750 Kilo sich dagegen und wie der Baum an den Rücken fing, ist er nachgestiegen. Und der Waldarbeiter zum Forstmann schaute an und sagt, das tut er aber auch nur dir zuliebe. Ja, das ist Verbundenheit. Vielleicht sollte man dazu sagen, dein Hengst ist ein Kaltblüter, ein schwerer... Leichter Kaltblüter, Schwarzwälder Kaltblut. Also ein bisschen leichter als ein Norica. Aber schwer genug, ich durfte ihn ja kennenlernen. Schwer genug, um was in die Waagschale zu werfen. In jeder Beziehung. Ich habe mit ihm genauso Bäume rücken können, wie ich Schwerverbrechern helfen konnte, therapeutisch eine Wende in ihrem Leben hinzukriegen. Eine nachhaltige Wende? Nachhaltige Wende, ja. Was war die Rolle vom Pferd? Naja, der Chefarzt von der Forensik, der Psychiatrischen Klinik, rief mich an, ob ich einen rückfällig gewordenen Bankräuber nehmen könnte. Aber er sei völlig aufgebracht und völlig verschlossen. Man wüsste nicht, was passiert, wenn der sich öffnet. Das kann sein, dann explodiert er. Aus der Haft heraus? Während der Haft, ja. Und er war entlassen worden und man hatte die Hoffnung, alle hatten die Hoffnung, dass er es jetzt schafft und er war drei Tage in der Freiheit und hat einen Rückfall bekommen. Wieder einen Banküberfall gemacht. Nach drei Tagen? Ja. Und das hat ihn in seinem Weltbild so erschüttert. Und er war wie in einer Schockstarre. Und man wusste nicht, was passiert, wenn dieser Schockstarre sich löst. Na ja, ich habe mir dann allen Mut zusammengenommen und habe gesagt, er darf kommen mit seinen Wächtern. Und dann bin ich in die Reithalle gegangen und mein Hengst hatte ein bisschen Angst und ich hatte ein bisschen Angst. Aber zusammen haben wir uns beide da so bereit gemacht, dass der Mann kommen kann. Und er kam und ging auf das Pferd zu, ein paar Schritte, ziemlich forsch. Und blieb aber stehen. Und dann ging irgendwas in ihm vor. Und dann ging er wieder ein paar Schritte vor. Und auf einmal ging er ganz ran an das Pferd. Und das Pferd kam ihm ein bisschen entgegen. Und er umarmte das Pferd und weinte bitterlich. Und da wussten wir, als er dabei war, jetzt ist das Eis gebrochen. Jetzt kann man mit ihm arbeiten. Und das erste Wort, was aus diesem Schwerverbrecher herauskam, war, du verurteilst mich auch nicht. Oder du verurteilst mich nicht. Und diese bedingungslose Ja, egal was du getan hast, ich sage Ja zu dir. Das hat er gespürt. Er hat lange gestanden und ich stand daneben, hat eine Viertelstunde geweint, ich weiß es nicht. Und dann wollte er gehen und dann habe ich ihm gesagt, ob er noch eine Runde aufs Pferd möchte. Und das wollte er dann gern. Und sie sind so innig und so bis Sonnen gegangen. Und dann ist er zurückgekommen in die Psychiatrie und eingesperrt in die Forensik. Und dann haben viele hinterher gedankt, dass wir das geschafft haben. Sich selbst zu finden und mit der Welt gut verbunden zu sein. Verbundenheit. Verbundenheit. Viele Wege. Viele verschiedene Wege. Und das ist so schön, wenn du mit Menschen in Lebenskrisen arbeitest. Du kannst dem Pferd in die Hand drücken zum Pflügen, zum Säen, zum Unkrauthacken, zum Reiten, zum Heuwagenladen. Immer verbundenheit. Und immer geschehen solche Wunder der menschlichen und der Begegnung von Seele zu Seele. Gehen wir zum zweiten Begriff vielleicht? Ja, gern. Vielleicht passt er dann auch dazu. Ja. Mein zweiter Begriff ist Gelassenheit. Gelassenheit kommt ja auch in der Skala der Ausbildung vor. Die Losgelassenheit. Ich glaube, da meint man wirklich das Pferd, dass es gelöst und locker geht. Das möchte ich auch unbedingt. Immer wieder ist es das Ziel, also als allererstes eine Gelassenheit im Pferd zu erreichen. Wiederum, was ist die Bedingung? Meine Gelassenheit, denke ich. Gelassenheit, aber auch in einem weiteren Sinn. Das hat mir auch sehr geholfen. In schwierigen Situationen, in Reitsituationen einfach zu akzeptieren, was ist. Es passieren immer wieder Dinge, wo man sich ärgert, das funktioniert was nicht. Oder das Pferd will ganz was anderes als ich jetzt, ganz offensichtlich. Und manchmal äußern sich die Pferde auch auf eine Weise, wo man dann später draufkommt, ein Moment, dem hat ja was wehgetan. Der hat ganz andere Sorgen gehabt. Die hat dich nur nicht gesehen. Und jetzt ist für mich dieser Begriff Gelassenheit, hat auch die Bedeutung, viel schneller zu akzeptieren, wenn etwas ist, so wie es ist, einfach es anzunehmen. Das Annehmen, das Zulassen. Und aus dem dann auch Entspannung schöpfen und das einfach akzeptieren. Wenn ich eins noch dazu sagen darf, ich habe da immer gerne das Wort Toleranz mit dabei. Und zwar Toleranz nicht als Tugend, sondern, wie sagt man da, als geistige Fähigkeit. Wirklich zu begreifen, dass ich ein Ding nie ganz so sehe, wie es ist. Sondern ich habe immer nur das, was ich gerade sehe, fühlen und hören kann. Aber es hat auch eine andere Seite. Und Toleranz heißt, das zu wissen und dann sagen, okay, ich sehe jetzt nicht alles. Das dann auch zu tolerieren und zwar geistig. Nicht als Tugend, wenn du weißt, was ich meine oder verstehst, was ich meine. Und das ist für mich dieser Begriff Gelassenheit ganz essentiell im Reiten und im Umgang mit Pferden. Also, wenn du diesen Begriff sagst, das ist für mich so, das spüre ich immer, da müssen wir uns gegenseitig so helfen bei. Weil man verbeißt sich so leicht. In die Gelassenheit zu kommen, finde ich so schwer. Und da freue ich mich immer, dass wir Menschen sind, die sich austauschen können. Warum tut es wieder nicht? Warum kriege ich das wieder nicht hin? Was ist schon wieder los? Wir neigen doch immer wieder zu, nicht gelassen zu sein. Ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von Gelassenheit ist. Ich würde sagen, Verbissenheit, Gespanntheit, Zorn, Wut. Ja, Zorn, Wut eigentlich hauptsächlich. Ich will es nicht, dass es so ist. Ja. Oder ich arbeite dagegen. Also, wenn ich sage, ein Pferd, das nicht gelassen ist, ist er verspannt. Die einfachste Erklärung von Verspannung ist, dass ein Beuger und ein Strecker gleichzeitig anziehen. Das heißt, man ist verspannt. Man braucht sehr viel Kraft, ohne dass man sich dabei bewegt. Und da ist es so hilfreich, wie du sagst, dass man, wenn es irgendwas nicht so läuft, guckt, wo kann ich es gelassener anschauen. Und da gibt es den alten Reitmeister Binding, der so schön gesagt hat, das Pferd ist der Spiegel deiner Seele. Da kommen wir noch dazu. Gut. Ärger dich nicht über dein Pferd, du kannst dich auch über deinen Spiegel ärgern. So. Und dieses Nachprüfen, was liegt an mir, was liegt am anderen. Und die Widerstände gelassen anzunehmen. Für mich ist da die zentrale Erlebnis, was ich einmal hatte, als ich Rudolf Zeilinger zuschauen durfte, wie er seine Olympiapferde trainierte. Und er war am Üben des fliegenden Galoppwechsels, Einerwechsel. Und es ging ganz gut. Aber irgendwie wollte er noch mehr und auf einmal war er nicht mehr gelassen. Und das Pferd tat nicht und die Ohren des Pferdes ging nach hinten, die waren so schön gespitzt. Und auf einmal kam diese Zwanghaftigkeit rein. Verbundenheit ging verloren. Verbundenheit ging verloren, er ärgerte sich. Und das ging so eine kurze Zeit. Und dann merkt er das. Ich bin nicht mehr gelassen. Was macht dieser große Reitmeister? Er geht in den Schritt. Er geht einen Augenblick ausatmen. Und dann dauert es noch einen Augenblick, dann lächelt er über sich selber. Und dann hat er die Zügel aufgenommen. Und dann hat er einfach weitergemacht, als sei nichts gewesen. Ging wieder gut. Ja. Er war wieder in die Gelassenheit gekommen. Und hat zwischendrin über sich selbst schmunzeln können. Boah! Habe ich gedacht, das möchte ich hinkriegen. Und das brauchen wir ja in allen Situationen, dass wir über uns selbst mal schmunzeln können. Oder wie du sagst, die andere Seite der Medaille angucken. Oder wissen, dass es eine andere gibt. Oder nur wissen, ja. Ich sehe sie nicht, aber es wird einen Grund haben. Und es wird seinen guten Sinn haben. Darf ich ganz kurz zu dem Spiegel zurückkommen? Na? Weil ich so oft höre und weil es mich immer ein kleines bisschen ärgert. Man sagt immer so gerne, das Pferd ist ein Spiegel. Ja, nein. Ich verwende lieber den Begriff Reflektor. Weißt du, was ein Reflektor ist? Na, was ist der Unterschied zwischen die beiden? Der Unterschied ist der. Ein Spiegel ist eigentlich etwas Totes. Ein Spiegel gibt genau das wieder, was er empfängt, das schickt er zurück. Richtig, ja. Und das ist ein Pferd nie. Ein Pferd hat ein Eigenleben. Es hat eine eigene Tagesverfassung. Es hat eine Geschichte. Es hat einen Gesundheitszustand. Es ist nicht satt oder was auch immer. Das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, das was ich tue, spiegelt mein Pferd. Nein, es ist ein selbstständiges Lebewesen. Darum tut man mit dem Spiegel ein bisschen hart. Und so beim Reflektor, das hat man so auf Fahrrädern und so, oder so eine reflektierende Jacke. Also das Licht gibt es wieder, aber es kommt diffus zurück. Nicht das Spiegelbild. Das heißt natürlich, wenn ich etwas hell anstrahle, kommt es hell zurück. So ganz grundlegend. Aber nicht in einer 1 zu 1 Spiegelung. Darum habe ich mit diesem Begriff, ich kenne das vom Binding, das Pferd ist ein Spiegel. Ja, ist zumindest diskutierbar und muss man ein bisschen vorsichtig sein. Darf man ein bisschen differenzierter sehen? Ja. Einverstanden? Total einverstanden. Sogar soweit, dass man wirklich sagen muss, es spiegelt das Pferd etwas gerade? Oder ist es ein Ereignis? Reflektiert es was? Oder hebt es mir einen Schritt vorwärts? Es ist alles nicht so einfach. Und deswegen ist es so schön, wenn wir gemeinsam beobachten. Was ist da gerade los? Und wenn wir gemeinsam beobachten, sind wir bisher meistens noch zum Gemeinsamen gekommen. Aber letztendlich merkt man, oh ja, diese Situation gibt einen Sinn und ich kann es gelassen angehen. Ich muss mich nicht verbeißen. Verzwingen. Ich kann locker bleiben. Jetzt sind wir locker. Jetzt gehen wir in den nächsten Teil meiner Acht Elemente. Aus dieser Lockerheit kann ich dann mit Impulsion was Schönes erreichen. Also der dritte Begriff ist Impulsion. Meinen tue ich damit wirklich, dass man jetzt so verbunden ist und so bereit ist, also das Pferd dann so bereit ist unter mir oder mit mir, sagen wir lieber mit mir, auf feinste Signale zu reagieren. Das heißt, mit ganz wenig Kommunikation so angaloppieren zu können. Und das Ganze aus einer Lockerheit raus. Das heißt, die Impulsion geht eigentlich, ist eigentlich was diametral das Gegenteil von Gelassenheit. Aber es ist auf den Punkt gebracht, es ist aus der Verbundenheit heraus und es ist diese, bevor es noch zu einer impulsiven Handlung kommt, zuvor schon die Bereitschaft dazu. Das heißt, was will der als nächstes gerade machen? Also das ist auch für mich die Grundbedingung für Versammlung. Ich springe gleich einmal ein schönes Stück nach vor. Was ist für mich Versammlung? Versammlung ist natürlich ein physischer Zustand, kann man es ja gar nicht sagen, weil es immer in Bewegung ist eigentlich. Aber es ist vor allem auch einmal ein geistiger Zustand. Es ist die Bereitschaft dazu. Ich habe immer den Vergleich von einem Tormann. Du stehst am Fußballplatz, es gibt einen Elfmeter, du bist der Tormann. Wenn ich das zu einem Kind sage, stell dir vor, du stehst im Tor, ich lege den Ball auf und ich nehme Anlauf zum Elfmeter. Was macht dieses Kind? Jeder Erwachsene macht das. Er geht in die Hocke und ist bereit. So, Hocke ist Versammlung, gepaart mit, was kommt jetzt? Das heißt, das ist ja auch eine Verbindung der Tormann zu dem, der den Elfmeter schießt. Er ist ja bereit, in welche Ecke geht der Ball und da springe ich dann hin. Da ist es für mich diese Verbindung dann. Impulsion ist Bereitschaft und auch schon weiter gedacht in diese Versammlung rein, dass das eigentlich ein geistiger Bereitschaftszustand ist, der automatisch, physisch was auslöst. Kannst du bitte etwas anfangen? Naja, ich habe ja das Glück, dass ich dich ab und zu sehen kann, wie die Pferde lauschen, was der Alexander sich jetzt wieder ausgegeben hat. Und wie sie bereit sind, irgendwas mitzumachen. Und wie sie auch manchmal ein bisschen, wenn da nicht was kommt, dann auch ein bisschen traurig sind. Jetzt muss der Alexander mal wieder was machen. Meinst du? Ja, so sah es aus. So, aber es passiert ja selten genug. Meistens sprühst du ja von Ideen. Und wie sie dann sprungbereit sind. Das, was du sagst, auf den Sprung bereit. Und das berührt mich auch immer so, wenn die Pferde dann auch sich überlegen, was machen wir? Was tun wir jetzt gemeinsam? Und Lust haben, was Neues zu entdecken. Manche Kinder kommen zu uns und sagen, oh, das Pferd soll aber nicht so schwer arbeiten. Das ist doch ganz schlimm. Und dann sag ich ihnen, na schau mal hin. Wenn es zu einfach ist für ein Pferd, findest du es nicht langweilig. Da muss was los sein. Das muss auch stolz sein dürfen, was es geschafft hat. Und wenn wir einen Wagen mit Heu laden, dann gucken wir, wie viel packen wir auf. Mag das Pferd noch? Mag es nicht? Und dann feuern wir es vielleicht an und nachher sind wir alle stolz, einen schönen Wagen nach Hause zu kriegen. Wenn wir immer nur flache Wägen fahren, ist keiner stolz, ist keiner. Dieses Impulsion. Da muss was los sein. Geistesgegenwart, Herausforderungen. Und wenn die Pferde und wir Menschen in diesen Zustand kommen, wo wir gerade anspringen können, ist das nicht schön? Mauer. Den brauchen wir. Überall. Das ist erfrischend. Und es tut gut. Und wenn wir dann arbeiten, sind wir nicht verkrampft. Dieser Thurmann, den du erzählt hast, wenn er gut dabei ist, ist er ja nicht verkrampft. Nein, nein, er ist einfach bereit und wie welche Richtung geht es? Er hat Freude am Spiel. Es ist ja nicht immer nur der ernste Kampf, sondern es ist ja eine Herausforderung. Und dann, wie schnell kann ich reagieren? Genau. Und wenn er jetzt zu ehrgeizig wäre oder zu sehr Angst hätte um sein Ansehen oder so, dann hat er diese Geschmeidigkeit nicht. Es muss ihm nicht im Spielerischen sein. Der Lebensschluss, sag ich. Ja. Ganz wichtig, ganz schön. Und das sieht man auch an den Kindern. Ich habe jetzt ein Kind bei uns auf dem Hof, das mag nicht zur Schule gehen. Schulverweigerer nennt man die heutzutage. Und ich sehe den arbeiten und ich erkläre ihm was und er arbeitet mit den Pferden. Und ich muss ihm nur einmal sagen, und er hat's. Und er ist bereit, was Schönes draus zu machen. Und irgendwann frage ich ihm, sag mal, ist dir zu fad in der Schule? Dann sagt er, ja, ich verstehe es beim ersten Mal. Und wenn der Lehrer es nochmal fünfmal gesagt hat, dann kann ich nicht mehr machen. Ja? Das sind so Kinder, die haben so... Und dann müssen sie sich das fünfmal sagen lassen. So. Und dann sag ich, gut, was glaubst du denn, wenn du dir jetzt eine Pause gönnst? Bist mal 14 Tage bei uns auf dem Bauernhof, was passiert da mit der Schule? Och, sagt er, ich passe ein bisschen auf und dann habe ich das wieder drauf. So, ne? Mhm. Weil ich bin ja nicht dumm und ich bin ja schnell. Mhm. Dann hab ich gesagt, dann bist du mal 14 Tage krank, dann bist du mal 14 Tage bei uns, machst mal was anderes. Mhm. Und dann pflügen die und dann merken sie jeden Augenblick, wenn der Flug, wenn sie mal nicht aufpassen, springt er zur Seite. Diese Geistesgegenwahn. Moment mal, wie alt ist das? Dieses Kind, von dem ich jetzt geredet habe, der ist 13. Der kann pflügen. Ja, die lernen bei uns schon, die kleinen Kinder lernen pflügen. Mhm. Das ist so einfach, weil der Pflug ist ja Schwerstarbeit, aber die Pferde oder die zwei Pferde oder drei Pferde sind davor, sind ja stark. Mhm. So. Und einer von uns hat erstmal die Pferde. Und dann ist alles so eingestellt, dass alles gut gehen kann. Das Kind muss nur ein klein bisschen wach sein und ausgleichen. Mhm. Und wenn da ein kleiner Widerstand ist, dann droht der Pflug abzuhauen. Entweder in schon gepflügte oder in viel zu viel Land, was man nie abkriegt. Und die Aufgabe ist, ein alter Bauer hat das mal so erklärt, du musst nur zwischen zwei Fingern ganz wach den Pflug halten. Nur da sein. Und der Bauer hat meinen Kindern gesagt, nur da sein. Ganz wach sein. Wenn der Pflug was macht, muss man ein bisschen was anderes tun. Und das lieben die Kinder. Und du hast keine Chance zurückzuschauen. Du musst jetzt hier da sein. Du musst jetzt hier handeln. Stell dir das vor, da würden jetzt Leute dann zusehen und sagen, das ist ja Kinderarbeit. Und was das eigentlich für ein Wert ist, spielerisch was Sinnvolles zu tun, dabei herausgefordert zu sein in Verbindung mit einem Pferd. Also ich stelle mir das einfach sensationell vor. Ich stelle mir das auch vor, ich bin dieser 13-Jährige und darf mich dann mit 30, 40, 50 in meinem Leben daran zurückerinnern, was ich da tun durfte. So stelle ich mir das jetzt vor. Die meisten Kinder, wenn die in der Frühjahrsbestellung kommen und haben so einen Monat mitgepflügt, die haben so viel Lust an dieser Impulsion, die du sagst, an diesem Dasein, an diesem Zupacken. Und da müssen wir ihnen natürlich noch Wege zeigen, wie man das aushält in der Schule, wenn man so ein Mensch ist. Und der Lehrer alle mitnehmen muss. Aber eigentlich ganz eine tolle Überleitung, wenn ich jetzt ein kleines Stück zurückspringe und dass das Sprungbrett ist für das nächste Element, das ist jetzt die Variation. Du hast gesagt, dem ist fad worden in der Schule. Zu wenig Abwechseln. Für mich ist in der Reitausbildung, in der Pferdeausbildung, in der eigentlichen körperlichen Ertüchtigung, Variation extrem wichtig. Kann ich auch gerne ein Stück weiter ausführen. Es bietet ja die ganze klassische Reitlehre sehr viel an Übungen, wie man ein Pferd gymnastizieren kann. Ich habe gemeinsam mit der Bettina Eichinger, also eine begnadete Kunstturntrainerin, jetzt sind viele Jahre den Armen gemeinsam trainiert und habe von ihr das lernen dürfen, dass Variation noch viel mehr bedeutet, dass da noch viel mehr drinnen ist, auch in diesen klassischen Lektionen, nämlich diese Lektionen, man kennt das zwar, dass man die in verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Gangarten reiten kann, aber dass man das in fließenden Übergängen zulegen, zurücklegen kann, zum Beispiel eine Schulter rein, eine Kuppe rein, dass man es auf verschiedensten Radien reiten kann, dass man es in verschiedensten Kombinationen, die dann richtig schräg werden, reiten kann. Das geht dann noch weiter. Wir gehen dann raus ins Gelände, machen das auf der Wiese, machen das auf dem Schotterboden. Wir haben da draußen unseren Wald, da kann man eine Schulter rein, eine Gruppe rein, bergauf und bergab reiten, also noch mehr Variationen. Und wir sind dann sogar so weit gegangen, das war dann schon richtig interessant, man kann Seitengänge, man darf es dann vielleicht nicht mehr so nennen, ich will ja niemanden in der klassischen Reitlehre verletzen, aber man kann einen seitlichen Gang auch rückwärts reiten. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir reiten Schulter rein, Gruppe rein, auch rückwärts, nur im Schritt. Aber es wird hochspannend und da wird so viel Aufmerksamkeit produziert im Pferd, Interesse auch produziert. Und worum es eigentlich letztendlich geht, ist erstens einmal in dieser Vielfalt nichts langweilig werden lassen und wir kommen dann zum nächsten Punkt, Beweglichkeit. Dass eine monotone Bewegung, wenn man immer dasselbe macht, zwar die Kraft genau in dieser Richtung fördert, das ist, wenn ich meinen Bizeps trainiere, das ist einmal das einfachste Beispiel, dann kommt da irgendwann einmal so ein Muskel raus, im Idealfall, wenn ich das möchte. Aber ich möchte mich hier rund bewegen. Das heißt, jede einzelne Faser soll koordiniert werden und über Vielfalt schaffe ich dann Koordination und vermeide Langeweile. Das ist die Idee hinter dem Begriff Vielfalt. Vielfalt in der Therapie, Vielfalt in der Beziehung, Pferd, Mensch, was fällt dir dazu ein? Ja, ich finde, du hast alles gesagt. Es ist halt für mich so schön, man braucht das Ambiente und man braucht die Ideen. Und wir haben nun einen kleinen Bauernhof mit vielen verschiedenen Tieren, mit vielen verschiedenen Arbeiten und die Kinder können auch immer entscheiden, was will ich machen. Und sie können selber sich ihren Trainingsplan zusammentun, wir Menschen. Und für die Tiere ist es so schön, dass auch unser großer deutscher Dressurreiter Rainer Klimke festgestellt hat, dass seine Dressuren, Olympia Dressuren viel schöner werden, wenn er zwischendrin mal Kutze gefahren ist mit seinem Pferd. Der Kerl hat einfach Kutze gefahren. Und wir haben das gemerkt, unsere Pferde, die mit den schwerst mehrfach Behinderten arbeiten, wenn die zwischendrin einfach mal übermütig wunderschöne Geländerausritte mit ganz sicheren Reitern machen dürfen, dass sie einfach merken, meine Lebensfreude, ich muss auf keinen Rücksicht nehmen, der da oben kommt, schon klar. So schön für Therapie für Tiere, ja. Die ganze Zeit so vorsichtig, da sitzt so ein Kind, was schwer mehrfach behindert ist und es darf auf keinen Fall runterfallen. Und das Pferd sorgt dafür, dass es im Gleichgewicht bleibt. Und jetzt kommt der Ausgleich, jetzt darf man mal anders, ja. Keine Rücksicht nehmen. Jetzt nimmt der Mensch auf dich Rücksicht, sieht wie er hinterher kommt und du darfst es leisten. Das ist so schön auch bei deinen Pferden, wenn die so ihre Lebensfreude zeigen und mal auf den alexanderkalen Rücksicht nehmen oder auch mal frechsten. Ich leide dann zwar ein bisschen drunter. Ein bisschen, aber du schmunzelst auch sehr schnell. Ja, ja, ja. Und sagst, es ist schön, ja, ich spüre dich. Und es darf sein. Und es darf sein. Und du darfst frech sein. Ich darf frech sein. Und wir machen was Schönes draus. Und wir kriegen eine neue Variation. Wir denken uns etwas Neues aus. Das machen ja auch die Pferde immer wieder. Die denken sich auch immer wieder etwas Neues. Ja, die bringen irgendwas. Es gibt ein, zwei so Zirkuslektionen, die ich mache. Die stammen nicht von mir. Definitiv nicht. Zum Beispiel der Lupo, wenn er sie so streckt, das ist nicht von mir. Das ist seins. Ich habe ihn immer wieder beobachtet, dass er wirklich in der Früh wie ein Morgenmuffel aus dem Bett steigt und einmal so macht. So ist er immer wieder aufs Bedock rausgekommen in der Früh und streckt sich durch. Also wirklich kitschig wie in einem Film. Und dann haben wir gedacht, vielleicht kann man das fördern. Ich habe ihn dann auch zweimal erwischt dabei, wie er das gemacht hat. Habe das belohnt. Und jetzt kann ich es mittlerweile vom Sattel aus. Taukt mir total. War nicht meine Idee. Und wir machen das immer wieder gemeinsam. Ganz vorsichtig, weil da streckt dein Rücken doch sehr durch. Aber ganz, ganz vorsichtig da in deine Dehnung reingehen. Da muss ich dir mal Bilder zeigen. Und das ist so schön. Das macht mir so Spaß, dir zuzuschauen. Weil du dem Pferd auch erlaubst, eine neue Variation zu kreieren. Und du greifst es auf. Und mal ist das Pferd das Kreative und mal bist du es. Und ihr steigert euch hoch. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. So. Aber es ist nicht diese Stimmung, die ich bei dir wenigstens nicht spüre. Ich weiß, was für dich gesund ist. Und das machst du jetzt. Sondern wir spielen zusammen. Wir probieren auch. Und so und so. Und gucken mal. Das ist für mich lebensfreu. Das ist für mich ein experimentierendes Leben. Ein erforschendes Leben. Ja. Ja, forschen gehört viel dazu. Probieren. Weil es gibt zwar tausende Bücher. Aber nicht alles ist so beschrieben, dass man es verarbeiten, verwerten kann. Man ist doch täglich immer herausgefordert. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich das Ganze in diese Philosophie gepackt habe. Weil ja immer wieder Fragen kommen. Täglich kommen neue Fragen. Und da ist mir irgendwann schon bewusst geworden, es braucht eigentlich eine Grunddenkhaltung. Und das war halt für mich nicht irgendeine Reitvorschrift. Da habe ich immer ein bisschen ein Problem gehabt damit. Das war nicht meins so richtig. Aber eine Grundhaltung braucht es. Und wenn ich diese acht Begriffe habe, seitdem ich die habe, tue ich mir total leicht mit täglichen Entscheidungen anstehen. Passt das in diese Gesamtidee? Wenn ja, ist es gut. Wenn nicht, lassen wir es lieber weg. Das hilft mir sehr. Ja, also soweit mein ganzes reiterliches Können, der, wie sagt man, hinlänglich, unzulänglich ist. Weil ich sage immer, jeder, der von sich behauptet, er kann reiten, der hat einfach nur nicht begriffen, um was es geht. Aber diese Grundphilosophie, das ist schon gut, wenn man die hat. Ja. Die ist auch sehr gut verankert mittlerweile. Ja. Und da kannst du dich immer fragen, bin ich in der Verbundenheit? Bin ich nicht? Genau. Bin ich in der Souveränität? Lass ich dem Pferd ein Partner sein? Oder muss es jetzt ein Sklave sein? Die erste Frage schon einmal. Also, wenn was nicht funktioniert, ist immer, bin ich überhaupt da? Mit verbunden? Bin ich mit mir selber verbunden? Bin ich mit mir selber? Bin ich mit meinem Hirn überhaupt ganz da? Ja. Bin ich hier? Oder sagt mein Pferd mir einfach, hey, ich bin jetzt nicht dein Pferd. Ein Sklave da unter dir überlegt dir, wenn du reiten gehst, dann machen wir es gescheit oder lass es besser bleiben. Das ist schon oft auch die Antwort. Schön. Oft schwer zu nehmen, aber doch. Ja. Und da gibt es, du sagst so schön von dir, du bist Autodidakt, ja. Aber ich höre auch immer wieder und spüre in dir, wie du bereit bist, alles was Menschen erforscht haben und was sie dir an Ratschlägen geben können, auch anzunehmen und auszuprobieren. Ja. Ja. Also, bis dahin, dass du die großen alten Reitmeister sehr wohl kennst, ja. Kennen, sobald es ein bisschen geschrieben steht und… Na ja. 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 Also, jetzt haben wir vier Begriffe. Genau. Jetzt kommen wir zum fünften, der umschließt ja schon einige. Das ist die Beweglichkeit an sich. Ja. Beweglichkeit kommt ja, also die Vorbedingungen haben wir ja aus der Vielfalt schon. Wir haben es aus der Gelassenheit. Das heißt, wenn etwas verkrampft ist, kann es nicht beweglich sein. Und in dieser Beweglichkeit, das habe ich auch von der Bettina Eichinger, wirklich gut verinnerlicht mittlerweile, Beweglichkeit heißt nicht unbedingt groß, rahmigst irgendwas bewegen zu können, sondern es fängt mit kleinen, geschmeidigen, leichten Bewegungen an. Es fängt damit an, dass wir, wenn jetzt nur die Schulter hernehmen, machen wir oft die Übung zum Lockern, dass man sagt, wo kann denn die Schulter überall hin? Die kann hierher, die kann hier nach hinten hin, spielerisch zu erkunden, wo geht denn das Gelenk, was hat das für einen Spielraum, dieses Gelenk. Und dann kann ich sagen, ich gehe mal von da oben nach hinten unten, dann gehe ich von oben hinten nach vorne unten und schule damit Koordination und Beweglichkeit gleichzeitig. Kommt in das Thema Vielfalt mit rein, wobei wir in dieser Beweglichkeit auch sehr die Sanftheit ganz dringend noch haben wollen. Also es soll leicht sein, es soll nicht anstrengend sein. Ich kann durchaus auch Dehnungsübungen machen, aber der Mehrwert ist einfach in der Vielfalt der Bewegungen und die immer durchzuspielen, mischt sich mit der Variation sehr stark. Ich glaube, Sanftheit ist hinter dieser Beweglichkeit auch ganz ein wichtiger Begriff. Ja. Und deswegen ist mir so wichtig die Wahrnehmung schulen. Also dass der Reiter, die Reiterin merkt, was da unter ihr los ist. So viel Beweglichkeit haben unsere Pferde. Gerade wenn wir hier bei euch Kurs machen, ja, diese durchgymnastizierten Pferde. Und dann sitzt da jemand drauf und in der Regel sind wir alle viel steifer, als das Pferd diese Bewegung uns zukommen lassen möchte. Und das zu spüren, ich werde bewegt und das sind so sanfte Bewegungen, das sind so schöne Bewegungen und ich lasse sie durchgehen durch meinen Körper und ich lasse mir gut tun von diesen Bewegungen. und das Pferd löst mich aus meiner Steifheit, aus meinem, aus meinem Besen verschluckt haben, aus meinem Korrektsein, aus meinem sich zusammenreißen und macht aus mir einen ganz natürlichen, sanften, beweglichen Menschen. So schön. Und das geschieht vielfach nicht indem ich dem Menschen sage, sei mal beweglicher, sondern indem ich ihn anrege, sich anzuvertrauen dem Pferd und es zuzulassen und dem nachzulauschen, was das Pferd macht. Und das Pferd löst alle Blockaden, wie du heute Morgen in der Hypotherapie ja beobachten konntest wieder, alle Blockaden des Menschen können aufgelöst werden. Wir müssen es nur zulassen. Ja, bewege mich. Ja, tu mir gut. Und wenn ich den Menschen dann so sehe, dann frage ich ihn, wo sind deine Blockaden, was spürst du, wie weit geht die Bewegung durch und dann merkt er, oh ja, mein Becken bewegt sich schon, aber darüber ist noch alles steif. Dann haben wir andere Menschen, die bemerken erst hier oben, wenn ich schon ein bisschen bewegt bin und darunter ist alles steif. Und bis wir uns erlauben, dass die Bewegung durchgehen kann, wie so eine Blase vom Aquarium, die so aufzeigt und blubbert da so hoch, so darf die Bewegung durch den ganzen Rücken durchgehen und da oben raus. Und wenn du das erlebst, ja, eine meiner Lehrerinnen, die Monika Mehlem, hat mir am Anfang der therapeutischen Ausbildung geholfen, zu spüren, wie das Pferd mein Becken bewegt. Und wenn ich ganz locker lasse, macht es so kreisende Bewegungen. Mein Becken kreisen. War das ein Erlebnis? Ich bin ein Mensch, der kann im Becken kreisen. Und das Pferd macht es. Und wenn ich dann in der Verbundenheit bleibe, boah, das war so tief, es sind so die Tränen bei mir geflossen, wie Monika mir da geholfen hat, das zu spüren. Dann hat sich schnell jemand gesagt, kannst du den Werner noch eine halbe Stunde durch den Weinberg führen, der da anschließend war. Dann habe ich die Augen zugeschlossen und nur eine halbe Stunde lang nur diesen kreisenden Bewegungen nachgespüren und sie durch den ganzen Körper durchgelassen. Und da entsteht dann auch diese Sanftmut von selber und diese unglaubliche Dankbarkeit. Ich habe letztens einem Reitstall, wo die Leute Pferde hatten, die 200.000 Euro wert waren, zugeschaut. Da sitzen die Leute auf so einem geschmeidigen und so einem sanftmütigen und schönen Pferd und leiden darunter, dass sie irgendwelche Seitwärtsgänge nicht hinkriegen. Aber die haben nicht einmal genießen können, wie schön das ist, was da vom Pferd kommt. Und schon lauter richtig machen, diese verängstigten Kinder fragen mich auch immer, die zum Reiten kommen, wie mache ich es richtig? Und die sagen, lass locker, dann machst du es richtig. Oder wie der alte Reitmeister Egon von Neindorf sagt, das Pferd setzt dich zurecht, du musst es nur zulassen. Das richtet den Körper auf, du musst nicht gerade sitzen, das Pferd macht das alles. Was es schon braucht, ist dann doch meine Erfahrung, ein guter Punkt jetzt mit, das Pferd setzt sich zurecht. Ein Guteil des Reitens ist halt schon auch, wie trainiere ich mein Pferd, dass es mich trägt. Also ich teile das, was du sagst, sehr weit, zum Beispiel im Schritt oder im Trab, da geht es dann schon so auseinander, wie sich die Pferde dann bewegen. Und ich kann ein Pferd reiten, dass es mich trägt. Und dann muss man gar nicht gut sitzen können, weil wenn es trägt, hat man eine gute Chance, dass man in einen balancierten Sitz kommt. Und wenn das Pferd selbst aber erstens einmal nicht trägt in dem Sinn oder irgendwie ganz flach läuft, dann klopft man halt so am Rücken dahin. Das ist dann schon schwierig. Also dieses Wechselspiel, gut sitzen, gut reiten, ist eine Spirale, die sich selbst ergänzt oder die sich auch selber ins Schlechte dreht. Genau. Wenn du aber den Menschen sagst, sitz mal gerade, dann dobst er in der Regel noch mehr. Wenn du den Menschen sagst, das Pferd tanzt mit dir, erlaubt dir auch zu tanzen, dann kann er ein Trab sitzen. Indem man wieder zurückkommt zu dem, was du da schon gesagt hast, in die Geschmeidigkeit, in die Beweglichkeit, in die Lockerheit und die Freude daran. Und das geht in allen drei Gangarten. Und immer wieder muss dieses Urelement, was du da so schön am Anfang gestellt hast, die Verbundenheit sein im Galopp, ja? Ich bin ich und du bist du. Boah! Und gemeinsam machen wir jetzt was, ja? Und wenn ich ein richtiges Selbstbewusstsein habe oder mir es mal erlaube, dann galoppiert das Pferd so schön, dann kann ich sitzen. Mhm. Also der korrekte Sitz kommt nicht durch das, was ich früher in meiner Kindheit noch lernen musste, sitzt gerade. Mhm. Das sind wir jetzt ganz, 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 ganz einig. Sondern sag ja zu dir. Mhm. Ja? So. Oder erlaub dir dein Leben ein bisschen geschmeid, also ein bisschen tänzerischer zu nehmen. Erlaub es immer nicht so ernst zu nehmen. Wie wäre es? Mhm. Mehr spielerisch, wie du immer so schön sagst. Dann komme ich in diese Beweglichkeit. Und darum geht es oft. Es geht die verängstigten Kinder, die sich gern am Pferde wenden, weil Pferde sind voller Angst. Und Kinder, viele Kinder, die sehr verängstigt groß geworden sind, fühlen sich zu den Pferden hingezogen, weil das auch so ängstliche Wesen sind. Und da kommt eine Kleinigkeit und sie sind weg, ja? Und so sind diese Kinderseelen oftmals auch. Du sagst ihnen ein Wort und sie sind nicht mehr da, ja so ungefähr. Und also diese Ängstlichkeit, die da so steckt. Und immer wieder muss man zurückkommen in die Freude an der Bewegung, an die Dankbarkeit. Wow, ich werde getragen, wir können zusammen tanzen. Und wir brauchen keine Angst haben. Die Angst macht uns steif. Die Angst nicht ein korrektes. Wenn das sieht man ja, ich schaue so gerne den Leuten bei den Turnieren auf den Abreiteplatz zu. Da sitzen sie oftmals... Ich nicht mehr gerne. Ja, ich trotzdem noch gerne, auch wenn man schlimme Sachen sieht, ja? Aber ich schaue dann zu den Leuten, die noch unverkrampft drauf sitzen. Weil wenn sie da einreiten und eine gute Nummer abgeben wollen, das ist für mich meistens das Schlimmste. Weil da diese spielerische Beweglichkeit oft verloren geht. Natürlich sieht man grausame Sachen. Das ist so. Vielleicht kann man noch einmal dort einhaken, wenn du sagst, diese wunderbare Bewegung vom Pferd zulassen und rauf zulassen. Ich erlebe das jetzt schon sehr oder immer mehr oder kriege immer mehr ein Auge dafür, dass so sehr viele Pferde auch nicht sich gesund bewegen oder große Probleme haben. Ja. Wie du weißt, arbeite ich jetzt mit einer Gruppe von Hufschmieden zusammen und einer Tierärztin, um so ganzheitlich wie möglich Pferde betreuen zu können. Und da sind wir doch auch in letzter Zeit die Augen sehr stark geöffnet worden, wie schlecht es vielen Pferden, wie schlecht es ihnen einfach geht. Ja. Und das ist natürlich dann schon, da ist dann schon bald einmal Schluss auch mit Bewegungsfreude, dann sitzt man doch auf einem ganz harten Rücken drauf. Wie siehst du das generell oder wie erlebst du das? Wie kommt dir das unter? Ich habe ja früher 500 Kinder die Woche bei uns in der Reitanlage gehabt, ja. Und ich habe immer gemerkt, ich brauche gesunde, gehfreudige Pferde. Mhm. Und da muss ich gucken, was haben die mit dem Rücken, was haben die mit den Hufen und wie können sie wieder geschmeidig sein. Weil, wie es in der Reitlehre heißt, den Anfänger auf ein gut ausgebildetes Pferd. Und den fortgeschrittenen Reiter, der reitet die Anfängerpferde, ja. Und manche Leute… Es ist halt schwierig, das wirklich umzusetzen. Sehr schwierig. Ganz schwierig, ja. Aber manche Leute haben das Glück und kaufen sich ein altes, als Anfänger, ein ausgemustertes, sagen wir, Esstressurpferd, ja. Und sie machen eine kleine Gewichtsverlagerung, das Pferd macht schon irgendwas, ja. Und denken sie, Gottes Willen, was habe ich gemacht, ja. Und dann merken sie diese Sensibilität unter ihnen, ja. Und da muss man nirgendwo doll drücken, da muss man nur ein klein bisschen diese Leichtigkeit, diese Beweglichkeit, die natürlich alte Pferde auch nicht mehr so haben. Also das, wovon wir reden, sind alles Ideale, aber es reicht uns ja meiner Erfahrung nach und in vielen Reitstellen, wo ich bin, wenn die Menschen das Ideal haben, sie möchten gerne geschmeidige, gehfreudige, lockere Pferde den Kindern übergeben, dann finden die auch ihre Ideen. Zum Beispiel in der Reitschule in Hohenhameln, wo ich gelernt habe, der Reitlehrer hat seine Pferde erstmal jeden Morgen, während ausgemistet wurde, eine Stunde in die Reithalle getan. 20 Reitschulepferde. Und dann ging er an die Tür, nach einer Viertelstunde so, und dann sagte er, und Tee, Rapp, Barsch. Und dann ging er weiter ausmisten, da trabten die eine Viertelstunde. Jo, hat er gemacht, so eine Beziehung hatte der zu denen, und er hat ausgemistet, und die haben geschnaubt. Und wenn er merkte, jetzt, jetzt da langsam löst sich da was in seinen 10 und 20 Reitschulepferden, dann ist er hingegangen, und dann hat er so richtig einmal, und Karl ab, Marsch. Und dann waren da 20 Leute getonnert, ja. So hat er eine Stunde lang immer mal wieder in die Reithalle geguckt, und dann zum Schluss hat er ihn erlaubt, können sie tun, was sie wollen, und dann waren sie natürlich alle am Wälzen. Ja, wenn dann die Reitschüler kamen, die hatten aber Pferde unter sich, ja. Das ist, glaube ich, schon einer dieser Aspekte, ein ganz wichtiger Aspekt. Ältere Pferde sind halt auch sicherer. Das heißt, man kann ja viel lockerer drauf sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir irgendwo grob schrecken oder grob zur Seite springen, einfach total minimiert werden. Wir haben ja jetzt gerade ein tolles Pferd, vermehrt in die Arbeit jetzt aufgenommen, das ist eine alte Traberstute mit 26 Jahren, die reitet eine Reitschülerin von mir, die ist jetzt über 70, hat mit 69 zum Reiten begonnen. Und da ist der wahnsinnig große Wert von diesem doch älteren Pferd mit 26 Jahren, diese psychische Gelassenheit, die totale Sicherheit, also da muss man jetzt wirklich keine große Angst haben, bei gleichzeitig ganz, ganz toller Sensibilität. Toll. Und das ist wirklich super. Ja. Also ich würde dann schon das nochmal ergänzen dort, wo auch der Wert dann drinnen liegt. Und vielleicht auch, man hat jetzt nicht immer die toll ausgebildeten Pferde, aber man sollte sich bemühen um einen guten Lehrer, der dann der Vermittler ist. Also wenn man ganz alleine, jung, mit jungen Pferd, ist es sicher sehr, 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 sehr schwierig und kann ein langer Leidensweg sein, auch ein Erfahrungsweg. Ich bin das ja auch ein Stück weit so gegangen, aber auch mühsam, nicht immer ungefährlich vor allem auch. Aber der Wert von älteren Pferden, den sehe ich großartig. Oder du kennst ja unsere alte Piruschka, die 32-jährige Stute. Phänomenal, was auch junge Kinder von diesem gestandenen Pferd lernen können. Und mit welcher Begeisterung sie bei der Arbeit immer noch ist. Ja. Und dann in die Reithalle stapft und sagt, mach mal. So. Das ist schön. Ja. Wirklich schön. Also ich habe hohen Respekt. Und mit dem haben die Kinder zu tun. Und das tut ihnen gut. Dass da so ein Wesen ist, auch gesetzt wie die Piroschka. Aber so, machen wir mal was. Bewegung. Schön. Wenn wir jetzt noch einen Punkt weitergehen. Ich habe ja als nächsten Punkt den Begriff Kraft. Kraft ist jetzt das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Element. Du weißt ja, meine Philosophie, die in einer Unendlichkeitsschleife drinnen liegt, ist ja ein Wertebild. Mit Philosophie, Werte und somit auch Weg und Ziel, alles gleichzeitig. Oder Richtung. Ich sage viel lieber Richtung als Ziel. Ich bin gar nicht so ein Zielmensch. Ich bin eher ein Richtungsmensch. Und Kraft ist eines dieser Ergebnisse aus dem Ganzen, dass man anstreben sollte, dass ich anstreben möchte. Und Kraft, das sei vielleicht an der Stelle genauer erklärt, entsteht für mich nicht nur in Krafttraining, sondern entsteht auch aus Vielfalt und Beweglichkeit. Nämlich soll heißen, wenn ich sehr beweglich bin und sehr koordiniert bin aus der Vielfalt heraus, dann kriege ich sehr viel Kraft auf den Punkt, weil ich jede einzelne Muskelfaser dann ansteuere, wenn ich sie brauche. Übertrieben jetzt formuliert. Dass in der Koordination so viel Kraft drinnen liegt, in der Geschicklichkeit so viel Kraft drinnen liegt. Also wiederum nicht dieser große Bizeps, sondern aus der Geschicklichkeit kommt auch Kraft. Das ist meine Idee von Kraft. Der zweite Begriff ist auch mentale Kraft. Mentale Stärke erwächst ja auch aus dem, aus Selbstvertrauen. Also Verbundenheit zu mir macht Selbstvertrauen. All diese Übungen stärken mich, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Und vor allem auch ein Pferd psychisch. Davon bin ich auch überzeugt. Das heißt, Kraft ist nicht nur körperlich gemeint. Ja. Das ist eine Idee von Kraft. Ja. Als ich junger Pfarrer war, habe ich immer nicht verstanden, warum ich mit der Gemeinde nun das Vaterunser beten soll. Denn dein ist die Kraft. Gottes ist die Kraft. Was soll das? Und bis ich dann gemerkt habe, ja, dieses Erlebnis, da kommt jetzt Kraft auf, ja, ist ein Geschenk. Ein Geschenk des Universums. Auf einmal habe ich richtig Kraft. Oder das Pferd hat richtig Kraft. Und die kann sie auch entfalten. Also diese Gnade ist das. Boah, auf einmal ist es da. Und wie kann ich das machen, dass ich da hinkomme? Und da hast du so schön deinen Weg ja beschrieben. Ich muss diese Verbundenheit haben. Ich brauche die Gelassenheit. Ich brauche die Lust am Unternehmen, auf andere Variationen, Impulsionen. Und dann brauche ich die Beweglichkeit und die Muskeltraining. Und dann auf einmal schießt es ein. Du weißt, ich bin auch Bauer und ich habe Melk so gerne. Und da rüstest du so ein bisschen das Euter an. Auf einmal schießt die Melk ein. Du machst es ja nicht. Und das kannst du auch nicht machen. Du lockst ein bisschen und dann schießt es ein. Wir hatten Ziegen auf unserem kleinen Jugendhof. Und die standen dann so oftmals da, wenn ich ein bisschen später kam. Und haben mich angeschaut und haben nach mir gemeckert. Und gesagt, arme Ziegen, bist du noch gar nicht gemolken worden. Und dann bin ich hingegangen, meinen Melkeimer geholt und gemolken. Weil die Euter war voll, die sah mich. Und nachher sagt meine Frau, sag mal, die wurde heute Morgen schon einmal gemolken. Wie viel hat sie denn für dich jetzt gegeben? Ja, sag ich, vorhin einmal. Na. Ja. Wirklich? Ja. Dieses, da kommt auf einmal so viel, ja. Weil man den Menschen mag, weil das so. Das sind ja Hormone, die diese Milch machen, ja. Und Hormonausschüttungen und dann kommt es. Und so erlebe ich das auch mit der Kraft. Auf einmal ist sie da. Auf einmal kann ich das. Auf einmal kann ein Jugendlicher. Was können die Bäume versetzen, so Jugendliche. Oder Holzspalten. Wir haben immer Brennholz zu spalten, dass die Jugend ihre Aggressionen loswerden können. Was können die zuhauen, wenn sie wissen, jetzt, ja. Und sich erlauben. Und nach diesem suche ich immer, wenn das Pferd so richtig kraftvoll wird. Und das kann man ja dann beobachten. Auf einmal schießt das eine. In Hohen Hameln, als ich meine Ausbildung zum Voltigierlehrer machte, da war eben, dass mir der Reitlehrer immer sagte, warte nur, jetzt beschäftige dein Pferd oder es beschäftigt dich. Der hat das gemerkt, wenn die Kraft eingeschossen ist. Und dann will das Pferd was machen mit dieser Wahnsinnskraft, die gerade frei wird. Und entweder das macht Unsinn oder ich habe eine gute Idee, da sind wir wieder bei deinen Variationen. Und wenn die Kraft kommt und wenn ich gute Ideen habe, dann mache ich was Gutes mit. Also dieser Umgang mit der Kraft, die befreit wird durch die Beweglichkeit. Viele Leute haben ja auch deswegen so eine steife Haltung, weil sie Angst haben vor der Power, die da losgehen würde, wenn die sich locker lassen würde. Und das merkt man dann auch so gefasste Menschen, wenn du mit denen ein bisschen Psychotherapie machst und du tust mal ein bisschen die Blockaden locker, dann merkst du, was darf ein Feuer ausbrechen will, ein Vulkan, ja. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und so erlebe ich es auch oft beim Pferd, wenn die Kraft wirklich kommt, auch von so einem alten Piroschka, wenn die so richtig auf einmal über sie kommt, die Kraft da ist, die Blockaden weg ist, die Beweglichkeit gekommen ist. Und darum geht es für mich, dass die Kinder merken, ich habe Power, ich habe Kraft, ich lasse sie leben und ich mache was Gutes mit. Da hatten wir viel Glück mit unserem Hengst, der wurde dann erregt, wenn er rostige Stuten sah, ne. Und dann nicht zu sagen, oh Gott, oh Gott, ja was, wie kriege ich den wieder runter, sondern zu sagen, jawohl, du bist erregt, toll, was machen wir mit dieser schönen Kraft, ja. Und wenn du da was Gutes draus gemacht hast, boah, da hast du reiten können, sag ich dir. Mit einer rostigen Stute in der Halle und so ein hengstiges Pferd, das gibt Gänge, ja. Du musst nur mit umgehen können. Und darum geht es, dass diese Kräfte wir freisetzen und damit umgehen lernen. Du siehst, ich habe dir von Melken erzählt und ich habe dir von hengstigen Hengsten erzählt, die Kraft, ein Geschenk, das freigelegt wird, durch den Weg, den du da so schön auf deiner Skala geschrieben hast. Ja, Skala. Wie heißt das? Lemmiskate. Ja, genau, genau. Ja. Im Symbol der Unendlichkeit. Weil ich das Ganze in eine unendliche Schleife gelegt habe, ich stelle mir das einfach vor, dass wenn Reiten erfüllt und gut und schön und wohltuend ist, dann möchte man eigentlich, dass es nicht mehr aufhört und ich stelle mir dann einen Trab oder einen Galopp vor, das schwingt und schwingt und schwingt und schwingt und schwingt und darum hat sich das so gut ergeben, dass wir uns auf dieses Symbol dann festgelegt haben, weil es extrem was ausdrückt, also diese Richtung ausdrückt, die ja letztendlich unendliche Schwingen. Genau, harmonische Schwingen. Harmonische Schwingen. Harmonische Schwingen, genau. Kraftvoll. Genau, alle Begriffe kommen immer wieder vor, ergänzen sich selber oder sie machen sich auch gegenseitig schlechter. Man muss dann wirklich schauen, dass man jedes Element immer wieder beachtet. Ja. Das vorletzte Element ist ja dann Gesundheit, ist mir ganz wichtig. Es ist ein gutes Stück, es hat zwei Aspekte für mich. Das eine, vielleicht bilde ich mir das ein, ich habe immer wieder das Gefühl, wenn etwas sich gesund anspürt, dann wird es schön. Das ist so eine Idee, immer wieder frage ich mich, warum ist das jetzt schön und denke man immer, ja, es wirkt gesund. Das war das eine, warum, dass man dieser Begriff sich so manifestiert hat. Und das andere ist, es ist ganz banal gesagt für mich die moralische Legitimation, warum ich ein Pferd nur zur Freude, ein Lebewesen zur Freude da beschäftige oder verwende oder gebrauche. Das heißt, ich bin davon überzeugt, wenn man ein Pferd gut, richtig reitet, richtig ist kein guter Begriff, vorteilhaft reitet, dann dient es seiner Gesundheit. Also das Reiten kann sein, eine gesund erhaltende, lebensverlängernde Maßnahme fürs Pferd. Und das wäre eigentlich für mich auch die moralische Legitimation, dass ich mich da draufsetzen darf und zu meinem Vergnügen reiten darf. Und wenn ich dann sage, es soll zu meiner und zu meines Pferdes Gesundheit sein, dann stellt das für mich einen Wert da und ein Ideal da, der für mich wirklich essentiell ist. Ja, und wenn man manchmal Menschen fragt, darfst du denn eigentlich gesund sein? Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, genau. Dann sind die manchmal weit entfernt von dem, was du gerade beschrieben hast. Und ich darf gesund sein, es darf mir gut gehen, ich darf Spaß haben, Freude haben. Und das Pferd auch. Alles um mich herum. Alles. Soll gesund sein, ja. Soll gesund sein, soll kraftvoll sein, soll sich selbst verwirklichen, nicht sich aufopfern für andere, da sein. Ja. Psychisch und physisch und seelisch dann. In Verbundenheit sein, Anteil nehmen. Ja. Und gesund. Es gibt tatsächlich in allen Reitstellen zu studieren Menschen, die können ihr Pferd gar nicht gesund sein lassen und können sich auch nicht gesund sein lassen. Mhm. Und das kann man liebevoll anschauen, das muss man nicht vorwurfvoll anschauen. Aber sie können es nicht, sie haben gar keine Ahnung, was es heißen kann, gesund zu sein. Und wenn ihr Pferd gesund ist, wissen sie nichts mit anzufangen. Sie wissen nur, ich kann es versorgen, da wissen sie, jetzt muss ich tun, die Salbe und jenes. Ja, wenn es nun gesund ist, was mache ich dann? Und es gibt die anderen, die haben kranke Pferde und kümmern sich nicht drum. Schaffen es sich nicht hinzuwenden und zu sagen, jetzt reite ich nicht. Jetzt, du bist mir so wichtig, ich kümmere mich um deine Gesundheit. Und die besteht jetzt nicht im Reiten, sondern jetzt besteht die tun, dass ich dein Hufe versorge, dass ich dein Geschwür versorge, was auch immer. Und es ist mir genauso wichtig wie zusammen reiten. Und da kommt die Demut, von der du gesprochen hast, oder Bescheidenheit, oder man dient. Und jetzt tue ich dir was Gutes und dann tust du mir wieder was Gutes und es geht hin und her. Aber wir arbeiten uns entlang an dem Thema Gesundheit, kraftvoller Mensch zu sein, gesunder Mensch zu sein. Und wir wissen ja den Spruch von Nelson Mandela, dass die meisten Menschen eben am meisten Angst haben vor ihrer Kraft, vor ihrer Gesundheit. Mann! Sie fürchten sich vom eigenen Licht, glaube ich so. Ja, so irgendwie, ja. Und tatsächlich, wenn du richtig kraftvoll dastehst, hast du nicht nur Freunde. Ja, es bringt einen aus der Opferrolle raus. Ja. Der auch gerne mal eine Komfortzone ist. So ist das. Die zu verlassen. Aber es ist es einfach wert. Das ist meine Überzeugung. Und wenn du dich dann hinstellst und bist gesund und bist kraftvoll? Wobei dich schon auch immer wieder hartert. Du weißt, dass ein, zwei Pferde bei uns doch auch krank sind. Und da tue ich mir doch auch immer ein bisschen schwer, Krankheit immer als Symbol zu sehen. Oder vielleicht habe ich es noch nicht erkannt oder mir schon viele Fragen gestellt. Und es wird dann trotzdem nicht besser. Das ist doch für mich auch ein Punkt zum Hadern immer wieder. Ob es immer Symbol sein muss. Muss überhaupt nicht. Ich habe es zumindest noch nicht immer bestätigt gesehen und schmerzvoll am eigenen Leib erlebt. Trotz allem Hinterfragen. Wo kommt es her? Ich weiß es nicht. Ich habe schon Maßnahmen gesetzt auf Verdacht und es ist halt nicht besser geworden. Die Frage ist immer wieder auch, was möchte es mir helfen? Das hat es immer wieder getan. Gelassenheitsübung, die du so gesagt hast. Was hilft es mir, dass ich mich jetzt um mein krankes Pferd kümmern muss? Hat es eine gute Seite? Ich kann es nicht reiten, was kann ich jetzt entwickeln? Oder was fordert es mich auf zu entwickeln? Oder zu lernen noch, ja. Oder zu lernen. Ja, Thema Demut war ja eines davon. Es geht nicht immer nur steil bergauf, sondern da kann gleich hinten der Abhang sein. Das heißt, das habe ich eben auch gelernt. Und darum war für mich der letzte Punkt, diese Erfüllung, so wichtig. Die kann jeden Tag sein, weil es kann eben morgen dann wieder vorbei sein. Wenn ich immer nur Fernsehle habe, habe ich eine gute Chance, dass ich die nie erreiche. Wenn ich aber jedes Mal Reiten, das schön und harmonisch war, genieße, dann ist das wie ein Olympiasieg, wenn ich dann am Abend zu Bett gehe. Das verstehe. Ich weiß nicht, ob das jeder verstehen kann, aber das sind unheimlich schöne Momente. Und die können täglich sein und die sind nicht von der sportlichen Leistung abhängig. Im Gegenteil, also in meinem Fall. Die ich auch sehr gerne, also ich reite auch gerne schöne Lektionen, soweit sie mir gelingen. Das ist toll für mich. Aber es ist nicht der Aufhänger per se. Ja, so wie man in der Glücksforschung herausbekommen hat, dass nicht die Leute am glücklichsten sind, die alles haben, sondern die Leute, die verstehen, mit dem, was gerade ist, erfüllt zu sein. Dann sind wir ja beim letzten Punkt, die Erfüllung als das wirkliche Ziel, das ja in dieser Unendlichkeitsschleife wieder ganz knapp bei der Verbundenheit liegt. Das ist halt meistens dann wirklich das schönste Reiten, ist das, wenn es sehr verbunden war. Und ja, um Erfüllung noch einmal, um eins näher zu erklären, für mich ist Erfüllung nicht Spaß, es ist ein großes Maß an Freude, es ist doch immer, aber ich glaube, am meisten ist es Zufriedenheit. Also ich fühle mich am wohlsten, wenn ich zufrieden bin. Und ja, das Reiten hat einfach immer wieder das Potenzial, mich sehr, sehr zufrieden zu machen. Und das hat irgendwie gar nicht recht viel Sinn. Ich habe mich auch schon oft gefragt, warum reitet man eigentlich? Ich habe Gott sei Dank die Gesundheit als Anker gefunden, das dient meiner Gesundheit und der Gesundheit des Pferdes. Aber sonst ist ja Reiten, wir leben ja in eigentlich der sensationellsten Epoche der Menschheit, die es jemals gab in Bezug auf Reiten. Noch nie konnten so viele Menschen wie heute rein aus Freude reiten. Das war doch immer arbeitsmäßig bedingt oder militärisch bedingt. Wo übrigens ja dieser raue Ton leider auf die Reitplätze Einzug gefunden hat die letzten 60 Jahre, was jetzt schon langsam wirklich ausgeleitet. Aber wir sind in einer extrem privilegierten Zeit und das sollte man nützen, das glaube ich. Wir können zur Freude reiten, rein zur Freude. Zur Freude, zur Gesundheit von Tier und Mensch. Wir sehen ja diese Tiere, die zu viel im Stall stehen, dass sie nicht gesund sind. Pferde sind Bewegungstiere, sie wollen sich viel bewegen. Und wir sind ja auch gesünder, wenn wir uns viel bewegen. So, gut bewegen. Nicht im Stress, nicht unter der Knute, sondern freudig bewegen. Erfülltheit sagt ja auch, dass irgendwas aufgefüllt wird, was vorher leer war. Kannst du das beschreiben? Es muss nicht vorher leer gewesen sein. Schon? Aber Fülle, ja. Leben in Fülle. Leben in Fülle. Es tut gut. Ja. Wir haben da schon mal drüber diskutiert. Und ich versuche dann oft sogar richtig zu vermeiden, dass es zu glücklich wird. Bei mir ist immer dieses Glück sehr nahe an dem Gegenpol. Also die Zufriedenheit ist das, nach dem ich eben strebe. Ja. Und das ist doch auch Fülle. Leben in Fülle. Das ist nicht Gier. Das ist nicht diese Willhaben-Mentalität. Ich weiß nicht, ob man das dann auch so verstehen kann. Ja, ich habe eh nur den Begriff, Fülle. Leben in Fülle. Ja, und das passt für mich auch. Die Natur ist so großartig. Und die Pferde anzuschauen nur, ist schon die Fülle. Wenn man einen zuschaut, bin ich auch erfüllt. Nur vom Zuschauen. Da ist ein Mensch und da ist ein Pferd. Und die schwingen durch ihre Themen durch. Wunderschön. Es erfüllt mich. Und danach fühle ich mich erfüllt. Vom Zuschauen allein. Und vom Selbermachen auch. Und wenn ich dann sehe, dieser Kontakt zwischen Tier und Mensch, was da an Reichtum drin lebt, so kommen wir immer wieder auch dahin, zu merken, wir werden so reich beschenkt. Und es geht nicht nur um Machen. Es geht um Spüren dieser Fülle. Und die Zulassen. Wir werden erfüllt. Und es sind ja oft unsere Gedanken, die uns dann, gerade wenn wir die Gelassenheit verlieren, die uns denken, wir müssten, wir müssten, wir haben nicht, wir haben zu wenig. Nein, es ist die Fülle da. Und die ist in jedem Augenblick da. Und die tut so gut. Natürlich bin ich irgendwo immer auch ein armes Haarschal. Aber die Fülle ist viel wichtiger, dass die da ist. Dass ich die spüre. Zu merken, wie reich die Welt ist. Wie wunderschön. Schön hast du immer wieder gesagt. Und das kann in mir sein. Wie beweglich, wie geschmeich, wie vielfältig. Bei allem, was Übles rund geht in der Welt, das kann man ja nicht wegleugnen. Aber es gibt eben dieses viele Gute. So ist das. Und ein Stück weit kann man sich ja wirklich entscheiden, wo man hinschaut. Ja. Wobei ich glaube, dass man genauso, wie du auf dein krankes Pferd schaust und die Wunden anschaust und dir überlegst, was mache ich. Und dabei auch traurig werden kannst. So kannst du dir, so kannst du in die Freude schauen und so darf es auch ausschlagen. Aber immer wieder in dieses Wort, was du so schön sagst, zufriedenheit. Ja, es ist gut so. Und das ist die Fülle. Die Lebendigkeit. Und darum geht es letztendlich. Wenn die Lehrer mir sagen, sie wollen brave Kinder haben, da kann ich immer nicht mit. Ja, ich will lebendige Kinder. Und wenn einer mir sagt, das ist ein ganz braves Pferd, ja, dann denkt der, was er für ein Lob über sein Pferd ausgesprochen hat. Das ist für mich kein Kriterium. Aber das, was du sagst, ja, da ist die Fülle des Lebens in diesem Pferd. Wow. Ja, so. Und in dem Menschen ist das Leben. Man spürt es und das Leben ist ein Stück weit befreit. Ist lebendig, ist in Bewegung gekommen. Kraft ist da. Ja. Herausforderung, Bereitschaft anzugaloppieren. Und da merkst du, ich kriege da richtig Lust, durch deine acht Elemente so durchzuschwingen. Und schon wieder eine Runde. Und schon wieder eine Runde. Schön. Ja, ich teile deine Auffassung, dass die acht Worte, die du gefunden hast, ein Inspirieren können. Inspirieren ist das wichtige Wort, weil mir ist das immer wichtig, und vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Schluss, dass man mich auf jeden Fall nicht an dem direkt messen darf, wenn man das sieht, was ich mache, weil ich bin auch kein perfekter Reiter, aber die Intention ist da. Und ich glaube, um das geht es auch, dass man nicht an den Zielen verzweifelt, oder den Weg verzweifelt, den man hat, weil man nie so ganz erreicht, sondern dass man die Freude hat, wenigstens die Richtung zu haben, und die habe ich dann schon. Und ja, auch wenn man nicht jeden Punkt immer erreicht, weil man halt einfach auch nur Mensch ist, im ganz guten Gemeind, so ist es doch die Intention. Ja. Und wenn man den Weg hat, dann tut das gut. Ja, Werner, ich glaube, wir sind an einen guten Punkt angekommen. Ich will dir mal ganz, ganz herzlich danken, war eine voll spannende Diskussion. Gott sei Dank hast du mich jetzt nicht total ausgehebelt, mit meinem kleinen Modell. Ich bin sehr froh darüber, sehr viel Inspirierendes auch dabei. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht genau an dieser Stelle, mit einem anderen Thema wieder. Ich freue mich total. Und sage vielen, vielen Dank. Und ja, alles Gute für die nächste Zeit, Wochen, Monate, bis du das nächste Mal zu uns herkommst, auf den Alexanderhof. Ja, da danke ich dir für die Einladung. Und, ich muss sagen, ich freue mich, wenn wir so zusammen uns begegnen können, uns üben können. Und ich wünsche dir ganz viele Menschen, mit denen du das auch weiter üben kannst. Und wir brauchen uns Gute zu sein. Ja, ja, ja. Wir sind zum Gespräch gedacht, wir Menschen. Genau. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.